Und jetzt taust du hier einfach wieder auf. Schneist hier so rein. Glotzt mich an mit diesem treu-doofen Blick. Ich hätte das verfickte Schloss auswechseln lassen oder wenigstens dir die Schlüssel wegnehmen sollen. Aber nicht eine Sekunde lang hätte ich gedacht, dass du dich traust, hier wieder aufzutauchen. Also, verpiss dich. Geh jetzt bitte. Gehst du jetzt bitte? Du bist hier nicht mehr willkommen. Warum? Du hast doch versucht, mich mit diesem Abschied zu zerstören. Hast du geglaubt, es funktioniert? Hast du wirklich ernsthaft geglaubt, ich lege mich auf den Boden und sterbe? Nee. Nicht ich. Solange ich weiß, wie man liebt, werde ich es überleben. Ich habe noch mein ganzes Leben vor mir, meine ganze Liebe zu geben. Ich werde es überleben. Also bitte geh jetzt. Geh jetzt bitte, ich muss arbeiten. Da geht's lang, Butzmann. Sehr gut machst du das. Schön, schön gleichmäßig. Ja, so ist gut. So, jetzt müssen wir ein bisschen nach links. Ja, dafür musst du rechts eintauchen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, aufpassen, aufpassen. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen nach rechts. Dafür musst du links eintauchen. Links. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020